Willkommen zurück, liebe Leute! Mario Brothers! Oh, hier wird gleich scharf geschossen. Ähm, ja. Manche sagen, das war Glück. Ich sage, das war Können. Hier sind ein paar zu viele Pugel-Willis. Oh nein. Und Hammer, Brüder. Wir warten. Wow, das war auch wieder knapp. Und, und, und. Okay. Komm runter. So runter, meinte ich jetzt auch nicht. Danke. Ja, es war klar, dass hier nichts ist. Oh, Leute, ich bin groß. Nein! So, so ist besser. So ist es definitiv besser. Ja, Mario, du bist mein Held. Du bist mein Held. Du bist für mich mein Sonnenschein. Au! Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Money zu machen. Wow. Ja, wir schwimmen oben lang. Nein. Ach, Mann. Ihr wisst, man kann Super nur hassen. Oh, ein Leben. Wow. Okay, gut. Ach, nein. Wenn es irgendwas gibt, was man hassen kann, dann sind es Blooper. Danke. Yay, ich hab's geschafft. Ich hab mich immer gefragt, warum man da oben nicht raus kann, aber... Die Antwort hab ich nie bekommen. Danke, Nintendo. Aber, welche Antwort ich bekommen habe, ist diese Zielfahne. Ich jetzt eben gerade konkret krass erreicht habe. Überleg mal, wie oft ich jetzt schon gestorben wäre. Und... Wie viel Leben das schon gewesen wären. Oh, nein. チュージü Wagstube. Nein Wow Wie ich das jetzt gerade gemacht habe Äh, ja Nur ganz kurz drauf tippen, okay So Ich möchte gerne groß bleiben Na, soviel zum groß bleiben Äh 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 Hä Geschiss Finde ich voll unfair Ach, Manu Was soll das? Ja Mir gerne irgendwo gegen So Äh Wupp Wupp Ah, Shit Ähm Tadam Äh, ich glaube dann war es die Mitte Dann war es oben Oh, nein Das war echt oben lang So, dann ist was mit da Und dann war es unten lang Nein, es war oben lang So, dann oben lang Komisch Das, als ob ich es nicht geahnt hätte Als ob ich es nicht geahnt hätte Ja Hm, 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 hm Wasser bleibt mir fern Ha Man muss nicht immer nur oben Man kann auch immer unter ihnen Ja Manche Männer kennen das ja Ähm Und da wurden sie kleiner Thank you Mario By now our princesses in another castle Ja So Und voila Ist das jetzt halt Eigentlich gehört schon der finale Part Fällt mir gerade mal so auf Ne, gab es damit nicht So einen neuen Level Ich weiß es jetzt gar nicht Ich weiß nur, es war das Härteste von allen Weil die diese blöden Fallen waren Oh Nein, 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 nein Nein Ich, äh, hab mal ein bisschen gespult So Nur so ein kleines bisschen, ne Oh nein Oh, komm So So Schnell durch da Wah Wah Wow Die Steuerung echt komplett anders ist zu Mario Maker Das ist so krass Oh nein Wow Das war knapp Das war knapp Richtig knapp Oh nein Ah, noch ein Lakitu Oh shit Okay gut, ich bin weg Und tschüss Wir speichern Nein Ich hab's extra noch gesagt Das gibt's doch nicht Tchee Ja genau Ja genau Oh, wow Das wird da rein Nein, okay gut Wir speichern Nein Ach, Bro, lass mal da reinrennen Okay, gut Hier gibt's Münzen Ja, und ich weiß Ich hätte bei dem letzten Part hier hoch Und da und da Und hast du nicht gesehen Aber Ne Jetzt keine Lust No Nein Oh, wir speichern Jawoll So muss das Das ist doch wunderbar So Aber ja Ja doch Das ist das letzte Level Jetzt kommen wir jetzt den Hammerbrüdern An Spring hoch Oh, danke Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ihr könnt mich nicht mehr treffen Ich bin unbeziehbar Blöde Dinge Soviel zu, ich bin unbesiegbar. Du bist gar nicht unbesiegbar, du wurdest gerade getroffen. Ach, seid ruhig. So. So, schnell durch. Danke. Ah. Nein. Na komm, spring. Ah, verdammt. Ja, genau. Jawoll. So muss das, so muss das. Ach, ist das schön. So. Jetzt kommt das geilste Level von allen. Jetzt kann man sich für irren hochzählen. Und ich weiß nicht mehr, wo lang. Kommt jetzt. Dö, dö. Nein, es kommt nicht. Es kommt sogar noch schlimmer. Es kommt noch schlimmer. Halt. Was, hier rein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal fast, ja. Oh. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es getan. Er hat es getan. Zum allerersten Mal. Mal. Ach, stimmt. Das war die Sache, wo ich mich hier wundere, dass hier Cheap Cheaps sind. Äh, die aus der Lava kommen. Aber gut, mittlerweile kennt man es ja nicht anders. Lava Cheaps. Okay. Gut. Wo war der Weg? Läh, läh. Ich glaube, da musste ich hier rein, ne? Ja. Geil. Ich weiß es noch. Als ob es gestern gewesen wäre. Oh, shit. Wow. Oh, ich habe es geschafft. Cool wäre es noch gewesen, wenn sie hier damals bei Allstars Edition noch mal den Bowser ein bisschen schlimmer gemacht hätten. Ja. Komm, Bowser. Lass es uns. Ah. Oh Gott, da nicht gegenrennen. Wenn man drüber gesprungen ist, kann man nicht gegenrennen. Was ist denn hier los? Bug for the win. Bug for the win. Die kann flügen. Ich stelle mir jetzt gerade wirklich die Frage, war das so ein absichtlicher Bug? Auch da unten die Kante. Danke, Mario. Das König ist sicher. Now try a more difficult quest. Puss. Eee. Ähm. So. Äh, continue. Und dann ist man bei Welt 1. 1. Ja. Ich zeige das mal ganz kurz. Ja, das heißt, da sind es dann andere Gegner. Die sind auch ein bisschen schneller. Zack. Aber ansonsten hat sich kaum was geändert. Außer, das war es mal so ein bisschen in die Reihe zurück von Super Mario Bros. für die Nes. Für die Nes. Intertainensystem. Halt, stopp. Den nehme ich noch mit. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Als wenn ich ein bisschen zu viel gespult habe. Ups. Ups. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.